dann starten wir mal. Ist das an? Ist das an? Hallo? Hallo? Ich glaube es ist an. Willkommen zu Rocket League. Müsstest du sagen. Es ist wahrscheinlich nur niemand da. Aber trotzdem willkommen. Alle dies. Irgendwann anders gucken. Ich bin weit. Dankeschön. Hübsches Auto. Danke. Hässliche Lackierung. Weil du die nicht hast. Ich glaube ich habe die sogar zweimal. Ich könnte damit auch nicht spielen glaube ich. Ah ne. Ja doch die habe ich zweimal. Wolltest du die gerade anbieten? Nene. Ich habe die hier von Marco bekommen. Die ist geil. Was? Ich hätte dir doch den Dragonlord mal gegeben. Ja das hast du. Und dein B kriegst du immer noch. Stimmt. Warst du ja noch nicht da. Beziehungsweise ich war nicht da wo du warst. Stimmt. Ich mache das mal anranked zum Einspielen. Nö jo. Äh. Spielst du Sonntag beim Turnier mit? Äh. Ich habe noch keinen festen Partner. Also Takao konnte noch nichts zusagen und deswegen habe ich auch noch nicht. Also ich wollte dir doch mal bei Gelegenheit fragen. Du? Ich weiß. Wir wissen es doch nicht. Wollen wir machen. Weil dann wäre wieder auch Dings-Action. Äh. Doppler-Effekt. Ey. Schönes Ding. Danke. Turniere. Turniere schickt ja nicht zu ausländischen Spielern, ne? Äh. Gesehen. Da steht nur was, dass man halt den Rank haben muss. Mhm. Genau. Bei den Trainings in Anführungszeichen gestern. Äh. Waren auch Österreicher dabei. Danke. Oh. Nehm. Oh. Nehm. Shit. Problem. Alle sie planen. Oh. Troffen. Ich bin. Ich gemerkt. Kein Fuß. Auf der anderen Seite. Ah. Spät. Angenauert damit. Ich werde drin. Shit. Wegflip. Oh. Falsche Richtung. Nein. Oh. The Main. Hohe. Hühey. Hühe. Hühe. Halle. Hühh. Hühe. Nääää. Wann... Wandbälle kenn ich immer noch nicht. Abend, Raven, Streit. Wo? Wir haben heute nicht gerechnet. Links wert. 5, Mann. Hast du die neue Lackierung aus der Kiste? Ja. Wie ist es hübsch. Diese Raze... Oh, fuck. Sorry. Oh, schade. Ich war ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu sehr erwartet, dass die den kriegen noch irgendwie. Ja, kenn ich. Du hättest Kontrolle, aber... Was machen wir? Auf mich zu besteigen. Du dich so wittig hinwirfst. Schön geklärt hast du da. Oh. Guck mich, Mann. Oh. Oh, schon wieder nicht. Ah, die Wand, ne? Hm. Gibt's nicht viel vergessene Wand. Oh. 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 Der war echt krass. Aber erst du hast den. Ich hab auch gedacht, ich hab den. Ich hab auch gedacht, ich hab den. Shit. Mich kann man auch an der Hand vergessen. Nice, das Ding. Müssen trotzdem nur ein Tor machen. Oh. Das ist es. Oder die. Schönes Tor, weiß nicht. Das machen die. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das liegt ja immer so. Ich bin ein Tor. Ich bin ein Tor. Hier bin ein Tor. Ja, komm noch nicht. Ich bin ein Tor. Ich bin ein Tor, ich bin ein Tor. Was hast du mit Tannen, oder? Hat aber Nusch dir gebracht. Oh, wir haben zuhause gespielt, aber dich anscheinend auch. Kein Boost. Das sah ein bisschen kläglich aus, was ich da gemacht habe. Wir wissen, was ihr habt. Naja, nächstes Mal schauen wir noch die. Auf der Hamenseite mein Kopf ist an. Gut. Wie bitte? Kopf. Shisha. Toe. Noch mal. Du fährst. Dacht ich. Oh. Ich fahre dir vor die Füße, ja. N-n-n. Kein Boost. Wo die Boost? Ah, shit. Wo ist der Tor? Ganz ruhig. Oh. Für noch Block gewesen. Danke. Und das mit 10 Boost insgesamt. Hehehe. Also 12. Schönes Ding. Oh, war nicht drinne. Nein. Ähm. Goldfurf. first is. Ich bin mit auf. Weiß dein damit knifft. Hmm. Du meinst? Hallo. Du meinst? Wie ist das? Ah shit, bin ich mir schon rechtzeitig ran. Ich hab gedacht den hast du, ich wollte nur ablenken. Ja ja. Weil du so hinter mir hergefahren bist. Deswegen. Oh. Entschuldigung. Schön gemacht. Guck. Guck. No, du hast ihn gesehen. Ooh. Guck. Guck. Gut. 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 Schade. Schade. Ist hochgeflogen. Ah. Hat nie ausgedribbelt. Hat sich ausgedribbelt. Ja. Das hätte ich zu spät gesehen, Alter. Jetzt hätte ich ihn rupft. Boah, schönes Tor. Doch? Nicht ganz. Daher kommt er aus der Ecke. Nicht schlecht. Weiter her. Okay. Hab ich. Ah, schade. Knapp. Keiner. Mal dran. Ey, der kickt mich. So lange der Ball nicht geht. Ah, ich hab genau hinten geschossen. Oh, in der Mitte. Oh. In der Mitte. In der Mitte. Mitte, Mitte. Ah, shit. In der Mitte? Oh. Oh, oh. Ich weiß, den schießt er noch mal. Ne, zu hoch. Oh, doch nicht. Nicht zu hoch. Perfekt platziert. Cooler Schuss. Danke. Achso. Schön gemacht. Richtig schön. Wow. Aber du hast fast einen gucken lassen. Teamleiter muss man ja bisschen was traurig machen, ich höre. Mh-mh-mh-mh-mh. Ey, sag mal. Was ist denn Arsch? Wirst du sie sehen? Nicht ganz? Ah. Ah. Okay. Krieg. Einfach abspuffen lassen. Nein, nein, nein. Da ist er. Auch noch eins, oder? Wurde wir rank gehen? Oh. Ja. Noch eins. Noch eins. Level up. Uh. Wenn ich ein Level up und das nächste Mal kriege, bin ich Level 69. Wow. Boah, wow. Ich hab jetzt immer 3,53. Ich scheine ein bisschen mehr zu spielen. Bisschen, ne? Hier geht's auch von einer, wir müssen Map in die andere, kann das sein? Hm, naja. Was ist, kommt der Neo Tokyo? Ne. Schreis bitte nicht. Oh. Ein Glück hat er das hochverkackt. Hm. Ach. Ich hasse diese Map. Oh, was? Er schießt ihn nicht. Nice. Oh, der kommt. Oh, der kommt. Oh, schönes Ding, Alter. Oh, der tranquille ist. Das macht einen da, oder? Oh, ja. Auf, da rails OM. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Hey. Hey, der ist alles gut. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Ah, shit. Nicht ganz so dabei. Ich glaube, du. Nee. Ja, hat ein bisschen viel Wucht. Ah, shit. Ah, shit. Ich habe leider nicht mehr gespielt. Ich hätte einfach... Du hast einen Backflip gemacht. Ich wollte da drunter fliegen und backflippen, aber ich habe zu früh. Okay, Backflip. Okay. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, ey. Fuck. Naja, das ist... Das ist tolle an der Map, wenn er da genau hochrollt. Das ist das tolle an jeder Map. Du siehst es halt hinterm Pfosten nichts mehr. Hm. Nur wenn der Ball noch weit weg ist. Was? Ich bin... Schööööööhn. Ich bin... Ich bin... ... Ich bin... Also auf meinem Replay habe ich den nicht berührt, aber okay. Ich fahre. Achso, ich fahre gerade bloß gleich. Passt schon. Ich fahre. Schön, das Ding. Schön auf was. Danke. Ich fahre. Ich fahre. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen auch. Aber ich springe jetzt. Das wird mir generiert. Sorry. Passt schon. Ich bin ja auch rein. Äh. 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 Ich bin ja auch rein. Ich bin ja auch rein. Ich bin ja auch rein. Ja, ja, ja. Ich hätte ihn sehr hell gekonnt, aber ich habe es das Spiel überrissen. Oh, der kommt. Kommt der? Ja, ich halte ihn weg. Oh, das war mies von mir. Hier. Ich habe einfach reingelenkt, dass er ihn weggezogen wird. Ziemlich mies. Aber gut. Jetzt können wir ranken. Ich bin auch nur Rising Star, also. Obwohl, wenn ich so mitspielen will, darf ich jetzt eigentlich nicht ranken. Marco ist auch Challenger 3 und ich auch. Ja. Jetzt habe ich gerade abgebrochen. Ne, dann mach ich lieber normal. Was normal? Normal Games. Okay. Okay. Ich bin jetzt noch masmer. Mal gucken. Ich bin jetzt noch mal. Warum? Ich bin aber schon mal sicher. Ich bin noch los. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht immer nur los. Ich bin nicht normal. Ich bin schon alles. Ich bin nicht sicher. Ja Zieht das für alle Qs oder nur für 2 und 2, dass man da... Alle, denke ich Echt? Ich weiß es aber nicht genau Markus und ein paar Rising Star, das wäre nicht so gut Hoopsie 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 Tschö Du bist Jo Kann er da? Ja Jetzt ist jemand da Wieso bin ich nicht nahe hingeflogen? Passiert Stealt! Ich wollte ihn jetzt reinkullern lassen, weil das so ein cooler Schuss war, aber nö So So Ah ja Pfff Ha Oh Gott, ich bin vorbei Ich werde eigentlich vorwärts Ja Nö 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 War ganz gut, ich stand ein bisschen zu weit vorne Also, wir werden die anderen ausgespielt Pfff Statt der Vorwärtsrolle kommen doppelte Sprung, ey Schön Hoopsie Gut abgeräumt Schon wieder! Wieso macht der einen Seitwärtssprung? Ah, sorry, es war mein Fail Ich schätze, weil du in einen Sticks zur Seite gedreht hast Nein, gerade nach vorne Nö 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 Das war... Superoptimal Nö Das war das Einzige, was ich machen könnte Weil ich hätte es in Ruhe schießen lassen können Uh Nein! Posten Jackel Ich hab keinen Boost Geh doch hin Geh doch hin Ja, schön ab wie brüht er ein Tor Ich hab mal gezuckt, als der Ball hier drüber flogen ist Oh, schön Ja, zu viel Speed Bah, wieder kein Boost Jetzt hab ich welchen Hast du den? Nö Ach Na ja... Nö Nichts haben müssen Servus Viniiiii Wie geht's dem Chat so? Falls jemand da ist? Oh, seriously? Lucky as fuck Hallo Monkey Gut, gut Wie geht's dir so incoming? Oh gut, wie geht's Monkey? Gut, schreib da Monkey guck mal bitte auf Facebook Und ja, alles fit hier Und selbst Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich war selber überrascht, dass ich den bekommen habe. Ich hab was getroffen, an der Wand. Ich bin stolz auf dich. Mich auch gerade. Ich hab nix getroffen. Ja. So sollte der nicht kommen. Was passiert? Jetzt hab ich trotzdem gern Boost. Entschuldigung, passt Zeit. Oh, langweiler. Wir standen gerade Stoßstange an Stoßstange. Glaub ich. Ah, früher und zweimal. Warte. Oh. Boah, dieses Batmobile. So ein Brett. Krass. Oh, ist doch ein schöner Pass. Entschuldigung. Passt schön. Ganz ruhig. Das ist eigentlich eine doofe Angewohnheit. Entschuldigung zu sein. Schließlich sind wir nicht in Kanada. Oh, oh. Sehr schön. Nicht mal ne Parade gibt's dafür, ist der Hammer. Echt? Krass. Kein Boost. Null. Brauchst du auch nicht. Ja. Haha, tschüss. Tschüss, die Macht. Langsam klappt's mit dem Dribbeln und dem Outtake. Wenn man das lange auf dem Dominos gemacht hat, dann ist das eine ganz schöne Umstellung. Was? Boah, der hat den zweiten Sprung nicht mehr gemacht. Ich hab von zu lange geflogen. Ah, schade. Ich glaube. Hey. Nein. Nein. Mano. Du bist hier die ganze Zeit schon wieder hoch. Du musst mal leiser sein beim Spielen. Ja, ja. Ich darf nicht rumbrüllen, aber meine Freundin darf mir in Stream brüllen. Ja, ja. Boah, was denn hier? Ich glaub, dass die geladen haben. Och. Ne, hat er mir zur Seite gestogen. Ne, soll ich? Achso. Stimmt, ist in Rot. Wie tust du den Arsch? Keine Ahnung. Ich habe den Arsch. Ich habe den Arsch. Ich habe den Arsch. Ich hätte es schön gehabt. Ja, tschuldigung. Da hab ich dann drauf. Schön gemacht. Schubt der mich weg? Das gibt's ja nicht. Boah. Nein. Ne. Ne. Du hast deine Sprach-Chat-Taste noch belegt. Pass. Was passiert? Hallo. Sorry, ich hatte einen Anruf. Tiddy. Tiddy. Boah. Fuck. Ich habe einen Ball. Lülle gebremst. Ich habe ihn hier. Schöne Parr. Will ich gut? Oh! Schöne. Will ich gut? Boah, ich habe ihn in die Naja. Oh ja, ich habe ihn schon gemacht. Gesundheit Gesundheit Boah, nice Ja, wir haben es so schön gemacht Das Passwort ist echt Zucker Nee, Mist Wir sind schon kein Boost Ah, shit Das ist alles schön gemacht Geht immer weg, genau Ja, das schön gemacht, ne? Ich hab den anfahren sehen und dachte, ne? Der ist eher da als Income Hätten nicht unbedingt im Weg stehen sollen Mein Gold Der den noch Ich krieg dir den nicht Okay Ja, das gab immerhin gleich Zwei Paraden Oh Ja War schön Hi Papa Stalin Und liebe Grüße zurück Papa Stalin Ja Ja Der wurde gerade in Stream geschickt, wie ich gehört habe Warte kurz Kohle abklopfen Gleich wieder da Ja 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 Gerade richtig Ja Ja noch da war wie sagt man immer so schön b das mag ich noch im stream man kann ja mitspielen die sind doch gerade beim holz das ist etwas freischalten schön immer ist noch da Boah, er geht nicht ran. Bringt ihn an und dann nimmt er mich. So, jetzt habe ich Fuß, jetzt kann ich wieder mitspielen. Danke, Kralle. Was sagst du? Liebesgrüße von Jar Jar, von mir. Oh, Chef ist da. Oh Gott. Komm, Omniron. Komm. Ja, da kam ich nicht ran. Kickt er mich weg. Schön, ich mach's. Oi, oi, oi. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Alter. Ich mag sagen, dass Monkey was zu farmen muss. Ich bin wieder im Fuß. Die Böger. Aha. Aber auch los. Ja. Entschuldigung. Hast du schon? Ich hab dich ja melden können. Ich hör's nicht. Tschüss. Was? Was? Tschüss. Ja? Hä? War ich da überhaupt nochmal dran? Nein? Also, meine Ballberührung fand ich mir im Replay drinnen. Ich bin einen Kreis um den Boost gefahren. Danke. Das ist nicht so effizient. Das hat niemand gesehen. Ist ja der Stream. Nee, nee. Ach. Oh Gott. Wand. Wand auf der Map. Äh. Okay. Erst mal wieder ins Tor rollen. Ja. 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 Geht. Ja. Инhtal. No too. Das Ding. Ja. 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 Maal. Ja. 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 Wenn ihr keinen Boost mehr habt. Ja, Entschuldigung. Das stimmt. Achja, Mann. Entschuldigung, dass ich schon gesagt habe. Hast du? Nee. Hast du? Ah, schade. Nee. Hat er. Oh. Na. Ist ja... Ich komme hier vorne. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst Zeit. Na ja, du hast die Uhr. Schöne Abschluss. Abschluss. Dieses Tor auf dieser Map. Ja. 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 Ah, schade. GG. Hallo Bierbrot. Moin moin. Ready. Es könnte übrigens noch einer mitspielen, mindestens, oder wir machen intern ein paar Matches. Ja, wenn sich noch Leute füllen. Wenn ja, schreibt einfach in den Chat. Viewer Games, wie sollte sie einen Titel setzen? Ja. Oh! Meiner! Meiner! Nein! Meiner! Sehen wir das schon mal vor dir. Ich bin leiser, sagt er. Ich bin nicht so leiser, das ist incoming so laut. Das ist... äh... hier rum. Habe ich? Ich wollte mich behärten. Oh, nice! Danke! Sag noch mal was? Mal was? Okay. Oh, ein schönes Pokémon. Oh, fuck! Ich habe einen Boost. Ah, schade. Ich habe einen Boost. Ich habe einen Boost. Ha, ich habe einen Boost. Mhm. Ja, na gut hier. Ah, schade. In hinten? Ja? Ne, kreit so runter, Leute. Ah, boah. Das ist nur eine Parade. Auf Reibungsschlag war das. Hä? Hä? Flipp. Doch, crap. Wo sollt ihr denn nicht kommen? Ah, schade. Oh, oh, oh. Ich bin ganz gut. Schöne Macht. Richtig schön. Und der her. Habe ich. Ich wurde gut gesiegt. Hier ran. Und hinter dir? Ich bin ganz gut. Hm. hm auf ok oder so oh shit sorry ach man sehr gut Passiert, immer so schön die Macht. Ajudiert drauf. Ach, schade. Oh, wer kann denn damit rechnen? Niemand, hoffe ich. Uh, scheint noch los. Ne, ne. Schade. Oh, uh oh. Eh. Sorry. Okay. Voll laufen, man. Oh, God. Boah, ich krieg, wow, schön gemacht. Ja. Ja. Ach, Mist. Ach, Mist. Oh, shit. Ah. Eigentlich hoffe, dass du einen hast. Ich auch. Ich stand zu weit vorne. Hm. 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 Möchte noch wer spielen aus dem Chat? Sieht nicht so aus. Könnte nicht. Gucken alle lieber zu. Ist der falsche Ansatz. Ja. Ja. Zwifter Saubus. Hast du? Ja. Oh oh. Uh. Sehr gut noch berührt. Bäh. Ah ja. Upsi. Ja, ich verkack. Ich auch. Ein Glück, dass wir uns das nicht angeguckt haben nochmal. Ne, ne. Oh. Oh. Oh, man. Und Dreckslackern. hat sich ja eigentlich dreckslacker innen ich habe gedacht das war da hinten ich spiele auch gegen drei ist okay ich habe auch wenig pusten das sah gut aus was war ich denn tor das rückte sauber ist nicht wie geht es dir so dreckslacker ich vermisse die zahlen in deinem namen gerade im band das war nicht so gut in gewisser weise alles bestens war dran ja leil fliegt er von der wand los ok naja ich habe dann nämlich was passiert was du hast dich dagegen entschieden aber ist das so cool gegen was allen namen zu haben drei statt e statt eines e also dein rückwärtsfahren zum safen beunruhigt mich immer so ein bisschen was mich genauso weit weg gehauen wie jeden fall ja genau manki sagt gerade das ist 1-3-3-7 mehr lind habe ich hoffentlich ja nein zu hoch kannst du sehen na ok ok Oh, voll da neben. Oh Gott, ja nicht damit ihr rechnet, dass keiner von denen rankommt. Oh Mist. Und ich weiß nicht, wer Jaffren ist. Champions Kiste, yay. Nice, welche denn? Na 3er. Ja, kurze Pause, ich muss mal auf Toilette. Alles klar. Ja, genau. Manchmal. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier auch noch nicht mehr, was ist denn der Bungschat? Die waren sich gerade lustig über mich. Warum? Weiß ich auch nicht, was ich noch bin. Mich auch, aber macht man sich lustig. Achso, keiner weiter geht. Ein bisschen. Kann ich in der Kiste drin sein. Warum sollten wir nicht? Wie wäre es mit ein bisschen Respekt? Und guter Manier? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist kein KSP, das ist wohl richtig. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja. Hab ich? Nicht. Wenn du das noch nienutzd, kannst du Bist du sicher, dass das kein Chaos spielt? Jetzt gerade auch was explodiert. Das ist schon... Oh! Sorry, den würd ich anders haben. Das sah gut aus. Dafür krieg ich noch ein paar Style-Punkte. Mindestens. Ja, ja. Manchmal trifft er was. Hey! Ich meinte mich. Okay. Na, nicht rum. Huch! Entschuldigung. Fast schön. Bäh, viel zu hoch. Boah, viel zu hoch. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Und richtig zu hoch. Er wurde schon wieder zerstört. Ja, das war gut. Hey da. Oh. Ah, schade. So, geh ich nicht dran. So, geh nicht dran. Ah, schade. Das war gut. Oh, 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 oh. Eeeh. Auah. Was ist da gerade? Passt gut. Wurde auch schon 200 zerstört, also. Schade. War schön aufgedicht. Danke. Okay. Jemand scheint noch Bock. Scheint so. Beim Anstoß immer so klein, kleines Leck. Natürlich. Schönen wir. Schönen wir. Oh, das ist. Applaus. Oh. 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 Künstler einmal. Nice. Ja, geht so. Oh, perfekt. Okay, jetzt so. Passt, ne? Das ist dieselbe Belegung wie das GG. Allerdings erst nach dem Spiel. Good for me, ja, ja. Und zwar. Ich will nicht. Jöne? Wollt ihr mir das gerade schreiben? Na, aber Nü. Ich hab mir einen MVP-Keks verdient Du hast MVP-Kekse? Nice Eine große Packung, die noch fast voll ist, ne? Wow Weil du natürlich schon so viele davon verbraucht hast Die Packung ist gestern angefangen, ja? Sind noch 8er vielleicht drin Wollen Stanzig oder so Ah ja, das geht ja Also wenn er nicht gut spielt, verhungerst er So ungefähr Och was Kriegt denn gar keiner Wie ist er los bei denen? Das war ein Bot Einer war ein Bot Das war los Trüppeln mit dem Backboot, erinnert der Fu Du? Jo Jo Ja Okay okay Keks hat dich jetzt motiviert, he? mhm voll lecker warum? dich zu verwirren äh ich hab sogar dich verwirrt ja okay, leider entschuldigung was? ja, sorry schade, schade, schade gute Gedanke, ich hab auch halbwegs mitgerechnet plus was? zu spät, bemerkt ja, schlechte Reaktion zu lange braucht's noch rechnen genau muss nochmal in Metal Goals hm ja hab ich nicht schön oh, da war schon da genau schön hier halten nun ist das voller Ob nicht da von mir oh 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 wow werdet es da vielleicht sobald wir gehen können mhm ist dann quasi nie vorbeigefahren Problem, ich war auch voll wie in eine andere Richtung hm super reckt pfff ach, selber besser haha oops ja ja wenn du's nicht kannst, dann musst du dich halt nur über Leute lustig machen, die's auch nicht können hm hm oh, die's können uns mal ein bisschen verkacken hm in deinem Fall hm 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 lob hm hm um und für mich ja nur ein hust aus dem Chat hm 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 Ja, du kriegst keinen Keks mehr, der Dreckslacker auch. Ich krieg noch Kekse. Ne, 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 ne. Außer du hast jetzt nur drei Tore. Easy. Na dann. Hast du das erste? Nummer eins. Das könnte noch was werden. Ich glaub du, du kannst ja auch noch zwei sagen, ich krieg trotzdem meinen Keks. Das ist ein interessanter Vorschlag aus dem Chat. Negative Kekse. Aber so weit sind wir noch nicht. Oh nein! Kekse sind nicht gut für dein Spiel. Okay. Aber Kekse sind lecker. Was tust du denn ab? Dein Tief ist keine Kekse und das ist auch keiner als ein Tief. Ah shit. Sorry. Ich krieg auch keinen Keks. Dieses Spiel kriegen wir keine Kekse. Ich hab auch einen Ballonhund gekriegt. Wie läuft's eigentlich beim Hot Squint bei Monkey? Hund und so. Hast noch ihn gefunden. Ballonhund größer Keks meint er. Ne. Ich weiß ja nicht. Nicht wirklich, ne. Ich glaube, wenn man in einen Ballonhund reinbeißt, erschreckt man sich, ja. Mein Fahrradschluch hat gestern Ballonhund gemacht. Gestern vom Einkauf hin zurückgefahren, aber auch noch das billige, richtig laut Rams. Oh. Tja, wenn dein Fahrrad schiebt, ne. Ja. Noch. Das mit einem 120er Ping. Was ist jetzt los? Der Schuss war auch easy. Ja, ja. Hey, das war ganz schwer. Ich war gerade auf den Ball zugefahren. Äh. Nicht so einfach. Alter. Alter. Okay. 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 Wow. Ja, ne. Der lässt ihn mal hingucken. Ohne Scheiß. Der Typ ist nicht schlecht. Ja. 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 Nice. war natürlich genauso geplant natürlich schön immer schöner passen danke stand gerade 32 bei drei minuten und 32 zu spielen hoch das war tatsächlich so übelst frühen anstoß ich muss mir noch geils angucken wie man den macht schön wow ok schüt wir haben nur dich getroffen ich bin bald war schön nein ich lasse es so aus der kante zu springen ja 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 Ich will eine Macht. Upsi Aua Frech Nein Oh fuck, sorry Das war zumindest ein schneller Schuss Oh god Du kriegst so oder so keinen Keks mehr Das stimmt allerdings Meine Kohle ist durch und mein Kopf ist weg Äh, achso Okay Aieieiei Ich bleib bei Wasser, danke Ach, willst du ein Bier holen oder was? Hm? Wir können ja mal Tore trinken machen Mit Wasser? Okay Nee Mit Dingen deiner Wahl Kannst mit Stefan machen Hmhm Machst du einen Spaß nicht mit oder was? Ich wei nicht an einem Mittwoch Pfff Bergfest Hmhmhm Schön gemacht Ja Ich wäre fast Ich wäre fast Das ist nicht Das ist nicht Was Alles Oh Letz Ich wäre einfach Das ist nicht Ich wäre krass Ich wäre einfach Ich wäre ein Nein Ich wäre einfach Das ist nicht Ich wäre gerne Nein. Nein. Bitte doch. Ist der Keks noch drinne? Ich hoffe du lässt deinen Keks drinne. Boah. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Wir wollen in den Kreis fahren. Ja, den haben wir auch erst reingeschossen. Habe ich? Nicht. Ja. Nein. Zudem nicht. Boah. Das war überhaupt nicht knapp. Ja. 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 auch sehr schön da waren beide zu weit vorne ja ja das ding ich war hinterher ja der fährt aber selber nicht dann hätte ich auch nicht hinterher fahren dann hätte ich auch Richtung Tor schießen können ja 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 Achso. Ich hasse Wandwelle. Ich hab den verteidigt. Krass. Die legen mir bewusst aus. Hier wundern. Wir könnten ja da noch Rumble spielen an sich. Das können wir machen. Connected. Channel switched. Da muss ich jetzt wahrscheinlich noch ein TS etwas leiser machen. User joined your channel. Hallo. Da ist ein Discord raus, damit kein Echo ist. Dein Headshot drin bleiben können. Dann. Ich bin noch drei Minuten im Game aber. Nicht gewartet. Schrecklich. Wieso nicht gewartet? Ich hab ja jetzt im Nachhinein gesehen, dass ihr auch noch am Zocken seid. Hm. Ja und ich hätte auch nicht auf dich gewartet, wenn du ein Arschlob bist. Hm. Hihihi. Jo, mach's gut, Reklapper. Viel Spaß. Weißt du was? Nein, ich weiß nichts. Ich mach jetzt eine Champions Cray 3 auf. Nein, du gibst mir die. Und. Auf geht's jetzt. Wenn du einen Breakout kriegst, dann krieg ich den. Ernsthaft. Ernsthaft. Warten. Dark Matter. HALT. Na gut, Dark Matter finde ich nicht so weit. Hahahaha. Hahahaha. Ich hätte jetzt nämlich cool, aber ich hab den schon. Hahahaha. Kannst du mir ja geben. Ich hab das noch nicht. Äh. Was teilt's denn für Ihren Import? Keine Ahnung. Mal gucken, ne? Das ist Import, das Ding? Uh, ich könnte ja aber... Hm. Danke, danke. Edmonkey. Warum so aus, allgemein so aus Freundschaft? Könntest du das von mir geben, so? Ne, kann ich nicht. Äh. Sind beide noch nicht handelbar. Ich habe... Ja, aber die Tage halt, ne? Hahahaha. Drei Tage... Hä? Wieso sind beide... Hä? Steht bei drei Tage... Bei beiden drei Tage 18 Stunden. Wenn man gleiche Items hat? Ne. Hä? Das verstehe ich nicht. War bei mir auch so, ich hab auch keine Ahnung. So, ich bin ready, wir haben Uff gegeben. Hahahaha. 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 Ich habe heute nochmal die Thronika-Reifen gekriegt, aber zertifiziert mit Sieger. Hm, nice. Nach, äh, Octane-Gang? Warte. Hm. Die... Das Decal kommt mir bekannt vor. Ah, das hat man noch nicht. Okay. Äh, wie wärs mit Rumble? Hatt ich so überlegt. Oder Standard. Was sagt Taco? Mir egal! Dann rommeln wir mal, wir sind. Reddy to Rampel! Wolltst du nicht ein neues Headset kaufen? Morgen. Achso. Morgen werden 130 Euro ausgegeben. Für ein Headset? Ja. Was holst du denn? Was holst du denn? Was holst du denn dir? Ähm, G930. Verlogge dich. Ich wollte auch mal wieder vernünftig Surroundrahmen und alles. Hm. Spikes. Geht ihr? Ja! Oh ja. Okay. Okay. Oh ja. Okay. Hast du? Haha, sorry! Guck dir, wie der erste Erwöger in dich aus! Ha! Fail! Das war noch bitter, was? Wow, echt? Ich fand den gut. Ja, das dachte ich mir auch. Oh, Alter! Echt mal. Zehn Sekunden nach dem Anschluss. Ach, noch kein Tor. Ich hab mehr prakan auch ein certaines. Oh, okay! Gut, 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 gut. Gut, gut! Das war's noch nicht. Was war das denn? Was war das denn? Ich wurde glaub ich die Kick mit einer Ding Ja, oh man Oh man Ich hätt sogar Spike sind, ich hätt ihn gehabt Hm Was Marine! Marine! Trepp! Nice, nul gemacht! Nice! Guter Pass! Und jemand hat mich in deren Tor geswappt. Ja, echt nix. Ich wollte noch einen Eigentor machen. Boah! Ich würde nicht dran wegfüßen. 140, okay. Ich hab 150 geschissen. Ja, der ist nochmal gegenwaltig geblieben. Ah, deswegen. Okay. Keine Ahnung, der hat immer so'n schön reingang. Fangen weiter. Nice. Kenner. Nein! Wir haben ihn selber geheilt. Kack, Noob! Oh! 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 Oh mein Gott! Was. Hahahaha! Jetzt hab ich mal ne vierte Runde Rumble oder so. Echt? Du hast es so wenig gespielt? Ja. Also es gibt hier so Power-Ups, die du einsetzen musst. ganz Wow! Jawoll! Wunderbar! Wie nice! Ruhmertan! Der war gut! Rekt! Dafür hast du den Keks verdient! Der war geil, alter! Der war echt gut! Dafür hast du wieder keinen Verdient! Ich bin im Block gerade! Ja! Wie keiner drauf hin kommt! Nein! Ah! Könnt ihr das doch einmal mit Spike schön machen! Keiner macht das, alter! Hm! Toll! Wohin, er hat ne Fassrolle gemacht! Wow! Mhm! 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 Also er hat 5 weniger gemacht als ich! Weil mein Jump von der Wand ist fast in Swarf! Für die 5 in Vorlage! Gigi! Ich will auch Heatwave haben! Das sieht schon cool aus, ne? Das sieht halt echt geil aus! Achja! Es gibt andere Maps! Nö! Okay! Rumpelieren, er ist noch ein bisschen wach! Ich freu mich schon so auf das Headset, wenn ich bin hinten! Rata, easy! Freestyle save! Nö! Nö! Okay! 코� группa Yep hehehe Oh nüßt! Sültico! du idiot weißt du wo ich losgeflogen bin uuuhh nice pass wirbel total scheiße Wir hinterher fliegen. Ja. Ich hätte einen Magneten, den hätte ich vielleicht ablenken können. Schönes Eicktor. Dankeschön. Fimms hatten wir noch gar nicht, ne? Und auch noch einen von einem, der es ansonsten nie macht. Jetzt müssen wir nur Eigentümer von den Gegnern. Was? Könnte ich auch das gerade machen? Weil wir gegen andere spielen. Ich würde dann jetzt auch Schluss machen selber. So. Oh, du Federer! So, Kai, gesaved, Alter! Oh ja, ich verartete gar nicht. Nein! Nein! Weitest... Komm! Guckt euch mal an! Ich konnte nicht... Ah! Das war schön! Wow! Der Fall hat mir ja vorgezogen, ich glaub's nicht, Alter! Ey, ich konnte nicht das mit gerade, Alter! Ich konnte nicht nach links und rechts lenken, Alter! Ich konnte nur bremsen, Alter! Komm hier gar nicht drauf hin, ey! Freut ihr euch schon auf die bessere Qualität? Ja! Oh ja! Arschlöcher! Und am Ende klingt's dann genauso wie ich's halte! Ach, hoff ich's mal nicht! Hm... Mir ist grad der eingefrorene Ball rumgeholt! ... ... ... ... ... Fast noch gehabt. Nimmst du ihn denn weg? Ich glaube ja. Oder hängst du dich auch einfach nur dran? Ich war am WhatsApp-Man. Woaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. hat noch nie gelacht na gut machen wir mal anderes Hallo, würdest du jetzt gehen? Incoming? Ich geh jetzt. Nein. Endlich, okay. Geht ihr mal ein bisschen trainieren, ihr braucht's ja noch. Na danke. Komm, wenn du gerade da bist. Samstag, wann hast du denn Zeit fürs Spiel? Ja. Weiß ich nicht. Das ist eine schöne Zeit. Ja. Weil, weiß ich nicht, kann ich auch. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, gegen, wann, wann wollt ihr mit, starten ungefähr? Bleibst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich eigentlich auch. Was ist eigentlich? Obwohl! Äh, warte. Heimspiel, Heimspiel, Heimspiel. Spielplan. Um 15.30 Uhr am Abend, äh, um 6 Uhr bin ich zuhause, halb sieben können wir. Okay. Äh, also wann, halb sieben? Ja. Okay. Geh ich das mal so weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo. Ja, danke schön. Für die Spiele. Danke selber. Ciao. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Nein, dieser kommt kein Kommentar von mir. Okay. Ja, machen wir noch ein bisschen 2 gegen 2, Ray? Ja, ja. Dann. Kannst du mich für ein bisschen carryen. Alles klar. Ich bin wieder nur noch blauer Sterben. Ich auch. Dann kannst du mich ja doch nicht carryen, ne? Kann ich trotzdem machen, aber ich hab... Ähm, ich hab 3 Runden miteinander einen Mungo gehabt, aber 2 Runden davon den gleichen. Ja, freut man sich immer. Ja. Guter Pass. Wer ist du? Dankeschön. Ja. Guter Pass. Guter Pass. Ich bin hinten Okay. Entschuldigung. Alles gut. Besser nach vorne als die Seite. Ja, ja. Perfect. 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 Ich hab's ja nicht aufs Tor geschossen, weil ich wusste ja, geht sowieso ran. Ja. Ingebracht. Sehr schön. Nice, oder was? I can't kill nobody. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. He? Komm mir an die Leck. Darum viel diesmal. Hahaha. Hahaha. Gut. So niederschuss. Wenn er nicht reagieren will, weiß der war. Ja. Hahaha. Viel zu spät los. ... 3 Merde Na 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 Oof, hab ich... Ops. Ahhhh! Nein! Scheiße, ich wusste nie. Ja, das ist wahr. Das ist schwer. Oh, yeah! Nein, das war der Sky. Hallo, wachsela Mann und vielen Dank für den Folgen. Ahhhh! Ahhhh! Ich erinnere mich. Ist er drin? Ist er? Oh! Das habe ich nicht gesehen. Ich erinnere mich. 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 Wir werden uns nehmen und unterhalten. Wir werden uns überlegen... Boah, ich hab das schief gemacht, Alter. Scheiße. Hast du den? Der hat etwas mehr Mühe, als ich wollte, aber ja. Über anstrengend. Nö, da kann ich nichts machen. Oh, oh. Ja. Das ist aber auch ein Scheiß-Hit, Alter. Oh, mach mal fort. Nein, Alter. Okay, die Runde wird nichts. Ich dachte, ihr habt gehittelt, da kann ich jetzt ran, aber... Jetzt noch mal rankommen. Ja. Ja. Mitte? Kein Boost. Nö, nö, nö. Ich hab keine Ahnung. Oh, keine Scheiß, jetzt, Alter. Oh, Mann, herkommen. Jo. Jetzt eins. Hey, bei welchem Channel machst du das gerade? Nicht über den MacBook, ne? Doch, doch. Achso, okay. So, ich muss konzentrieren. Konzentriert. Oh, ich brauch den Scheiß Type S, ne? Ich will ihn haben, Alter, unbedingt. Ich hab's versucht, ich hab ihn nicht bekommen. Na, du, na. Oh, das ist nicht bescheuert. Das war richtig bescheuert, ja. Ja. Ich hab jetzt ein bisschen Hunger. Ach. Reicht nicht. Reicht nicht. Kommst du an? Ne, ne. Ach, was ist denn los, ey? Was ist denn los? Ich hab mein Rocket League für heute aufgebaut. Oh, was machst du, Basti? Oh, was machst du, Basti? Ich hab das auch nicht. Ich hab da nicht. kann nicht wahr sein hast du? eeeh, nein oder? haha oh man, was ist denn los? jetzt aber ne oh man, ey ups oh Ah! Oh my god Ich nehme die Arbeit ab, ne? Ja, mach mal Ganz schön traurig Nein Ah Okay, das war nicht geplant Oh my god Ich dachte, der springt nicht so eklig nach unten ab Ich dachte, der fliegt gerade zurück Zu früh losgeflogen Ich will Heatwave haben, das sieht so geil aus Das sieht so pervers aus einfach Oh man ey Los, trade mir das irgendwie Du packst deine Sachen weg und ich krieg das Hä? Wie was? Du tradest deine ganzen Sachen Für irgendeinen Heatwave Und dann krieg ich das Ich glaube, man kann nicht auf mysteriöse Nee, ich meine, du tradest mit Irgendeinem Typen Achso, mit irgendjemandem Okay, verstehe Ja, ja Deine ganzen High-Quality Sachen gibst denen dann und dann easy 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 Ich will weinen, warte Oh Ich glaub, das dauert das letzte Spiel dann wie heut Ja, hört sich gut ab Och man, ich hab doch keinen Boost Basti, 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 bitte Basti, 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 bitte Ach, weil sich das beruhigt, ich war nicht in meiner Mitte Nee Ich hab jetzt eigentlich gepasst, dass ich die daneben haue Ja Mach schön auf was Okay, danke Boost mit Vorbefahren, ne? Nehmt es Ich hab den zweiten Hit nicht hingekriegt Ich hab den zweiten Hit nicht hingekriegt, ey, scheiße Hm Beim Start zerstören Beim Start zerstören Das bin Nice Schön Äh, Mitte Oh, ein bisschen zu schnell Oh, 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 oh Ha, Diesel Hi Das war doch mal okay, Passi Danke Du bist fast versaut Der müsste doch gleich kommen Der müsste doch gleich kommen Ich raten lieber Alle so eflahnd Der sollte so Oh, dancebeat Frechheit Frechheit Na, was macht er? Ah, shit, der war noch Oh, oh, oh Weiß ich nicht, weiß ich nicht Ich hatte nen Reinnehmer Also, voraussichtlich Na, vier Kontrolls Was machst du? Der trickstilt zu viel rum, Alter Das, äh Kann nichts mehr haben Wow Vielleicht doch Alter, ey Hab mich so schön davor bestellt Was war das denn? Ja, alles da Wie geht's dir, Weasel? Oder Weasel? Oh, Weasel Was, sie? Alter, Vater Ich hab gesehen, dass er daneben geht Ja, genau Das war so billig Krass Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert Echt Hat funktioniert Na gut Konnten wir noch auf dem Sieg enden Oh, meine schönen Chakram Oh, mhm Gerade so noch auf dem Bild gewesen Oh, hast du nicht geküsst für mich? Leider nicht Ah, das ist unlucky Aber Incoming hat er ne Champion 3 Kiste bekommen Wollte ja nur sagen Jo Ja, tut mir leid, dass du jetzt erst dazu gestoßen bist Wir wollten nämlich gerade aufhören Deswegen Ja, sonst machen wir noch ne Runde Ach, extra für dich Eins noch, meinen sie? Na gut, machen wir noch eins Ja Only für dich Ja Wie viele Leute sind gerade am schnitzeln? Am was? Am gucken Fünf Zuschauer Ja Nice Ja, ja Gegen Cookie und Destructor Bomb Und ich fahre daneben Nice Was? 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 Was ist denn gerade, ey? Wow Das war knapp Alter, fahrt Das war knapp Okay Einmal Ja Ich hab ihn angespielt, schön Hahahaha Alter, war's ein Schuss? Krass, nicht schlecht Ah, schön Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch so reingekriegt damit, ey Der fliegt kurz, so wie nach Tabuktu oder sowas, aber... Hm Nein! Jawoll! Hohoho, was du? Alter Boah, der verknappt Nein, das sieht man nicht! Nein! Krass Oh! Na la 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 Schade Schade Meins, 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 meins Tja, wenn du als erstes daneben geflogen bist, ist der auch schon Aaaaaaah Sad life Lack Ja, Lacks, das war die Lacks Na 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 Schön Ne Schade Schön, ne Ne, nicht schön Überhaupt nicht schön Er fällt nur die zwei Wow, ok, eins noch Ok, eins noch Hehehehe Huiiii Schick Destructor Bomb war... Unplatziert Ja, das war locker ein Champion Ich glaube, das war ein Super-Champion schon Ja, ja, ja Ähm, wie hieß das letzte? Grand Champion Ja, genau Was meinst du? Ich weiß nicht, ob ihr das auf Deutsch habt Ich weiß auch nicht, ist mir auch scheißegal Ja Ich hab mich gefragt Oh, meinst du immer das gleiche Bild? Quatsch Zufall Krass Na, schieß da Witzig, wenn die das selbe Bild hätten und nicht in der Gruppe wären Ja Kenn ich von irgendwoher Aber Ich hab euch gesagt, das explodiert, Alter, voll genießt, ey, Junge, Junge Ja Äh, äh, äh Äh, äh, äh Äh, äh, äh Na, 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 na Oh, nice Na, 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 schau doch was Ich war ja schon mal in einem Solo-Standard-Spiel zusammen mit Loki Bei deinem gegnerischen Teams Ne schlimmste Frage, er hat gewonnen Oh, oh, oh Ah shit Schöne Sache Okay Na, 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 na Was war das denn? Ja, danke Okay Äh, hä? Hardware-Anforderungen von Rocket League Wow, noch eine Rolle, man Nicht Und pass auf, nicht so Hä? Nice, jetzt pass auf Gleich, gleich, gleich Gleich kommt's Jetzt Krieg War toll, oder? Ja, schön Auf jeden Fall Hehehehe Okay Und einfach gut Also es ist nicht allzu hartwärmungig Ich kann's mit Ziemlich hohen Einstellungen Streamen Spielen und streamen Oder Einträchtigungen, was FPS angeht Richtig schön, rückwärts Dabei habe ich auch eher einen unteren Mittelklasse-Rechener Ja, ich kann's auch super spielen, aber ich habe auch einen unteren Mittelklasse-Rechener Ja, ich kann's auch super spielen, aber ich habe auch einen unteren Mittelklasse-Rechener Ups Lalalalalala Na? Lalalalalala Oh Gott, mach doch einfach das Tor an! Mensch Warum ist so einfach? So, ich werde meine Füße halt machen Du hast ja nicht da. Richtig. Achso? Okay. Schade. Das hätte auf jeden Fall Teilpunkte gegeben. Ja? Weißt du? Ja. Wie dann immer Hüttenhetzen, ne? Das ist richtig lustig. Ne, ich schreib jetzt nicht wie geplant. Ich wollte schon sagen, ich hab wieder daneben geschossen, aber ich hab erstmal abgewartet. Gibt's nicht. Schöne Sache. Nein, die sind ja abgerollt. Wunderschön. Haua. Nee, schade. Das müssten wir aber jüben. Ich bin dann so schlecht, um diese Formelsplatten besser zu bewerten. Ich hab mir in letzter Zeit zu sehr aus Drillen verzeichnet. So, jetzt reicht's mir aber. Ja. Ja, nice. Sehr schön, ey. Na dann, hat sich ja gelohnt. Alles für die Zuschauer. Jutti. Dann. Noch einen schönen Abend. Jo. Noch an den Stream. War nett. Vielen Dank für die Zuschauer und den Follow. Und... Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mittwoch. Selbe Zeit. tschülülü